Hier höre ich doch zumindest was, ne? Aber wo? Na guckt mal! Ist das nicht geil? Ähm... Waypoints? Add... Zombies... Spawner... Okay... Exit-Menü... Kakaobohnen... Naja... Naja... Wirklich? Willst du es probieren? Willst du es probieren? Boah, hier geht es aber ganz schön tief runter, ne? Und irgendwas stirbt hier gerade. Äh... Hatte ich da nicht noch welche? Ja... Das ist eine interessante Höhle, muss ich ehrlich gestehen, ne? Aber ich suche ja eigentlich einen Enderman. What? Geh weg von mir! Ist hier ein Creeper-Spawner oder wie? Hier sind aber ganz schön viele Mobs. Boah, ich überziehe schon wieder. Boah, was geht denn hier ab? Boah, wo kommen jetzt die ganzen Creeper her? Der ist doch schon wieder der nächste. Gibt es ja nicht Creeper-Spawner? Ja, normalerweise schon, ne? Oh, Höhlen-Sound! So, äh... Ich würde hier gerne wieder raus, ne? Ich würde gerne die Folge beenden, ne? Okay, hier geht es nicht raus. Okay, meine Gummistiefel sind kaputt. Und mein Jetpack ist nämlich auch gleich leer. Das heißt, ah, hier war der Spawner, genau. Dann bin ich, glaube ich, von hier gekommen, ne? Ja, hier waren die Pilze. Ja. Dann einmal hier lang. Jetzt bin ich hier wieder am Spawner. Das kann ja lustig werden, ne? Äh, hier lang. Das ist doch schon wieder typisch für mich, ne? Ich gehe hier irgendwo rein und komme nicht mehr raus. Ist jetzt so vielleicht irgendwo Tageslicht? Hallo? Aua. Das tat weh. Das sind Diamanten, ne? Okay. So, kurz aufpassen. Äh, Glücksspitzhacke. Inventar voll. Wo war das Skelett? Dacht's mir doch fast, ne? Wollt mich hier wohl verarschen. So, also die Diamanten haben wir, glaube ich, für den Project Table auch schon. Oh, ich sehe hier null, ne? Ach komm, gib doch Ruhe. So, jetzt wäre ich quasi wieder hier. Jetpack, bitte halt noch ein bisschen durch. So. Hier geht's ja sonst nirgends weiter, ne? Nach oben oder sonst irgendwo. Ich weiß, ich war hier an den Pilzen, ne? Hier. Hier. Juhu. So, und nachdem wir gerade Nacht haben. Enderman! Ich komme. Komm her. Komm. Enderperle, Enderperle. Äh, Leben regenerieren. So. Ich suche einen Enderman. Chatpack, du musst noch ein bisschen aushalten. Aua. So kann ich kein Leben regenerieren, ne? Wenn ich mir das selbst gleich wieder abziehe. Wo ist hier noch ein Enderman? Sonst treiben die doch sich immer in Rudeln hier rum, ne? Heute irgendwie nicht. Aber ich sehe es jetzt schon kommen. Den nächsten Enderman, den ich töte. Oh Gott, ja klar. Der reitet auf der Spenne. Da hinten ist einer. Der nächsten Enderman, den ich töte, der gibt mir sowieso keine Enderperle. Soll ich nicht angucken. Nein, keine Enderperle. Ich brauche die zwei aber. Was? Oh nö, meine Hunde. Wie kommen die denn hierher? No. Ich sehe es doch jetzt schon, dass die alle sterben werden. Ich glaube, es war eine doofe Idee, meine Hunde hier zu zähmen, ne? Jetpack, naja. Einen Enderman, bitte. Einen Enderman, bitte. Okay, Jetpack ist leer. Das kann doch hier nicht sein, ne? Sind die hier wirklich so selten? Zombie mit Rüstung. Der interessiert mich gerade nicht. Noch ein Zombie. Wir füllen einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Wir müssen so ein bisschen den Creepern ausweichen. Da haben wir eine Spinne, aber... Da haben wir gleich zwei Creeper. Boah, eine Horde Schweine. Wo versteckt sich das Andy-Line? Da kann es weitergehen. Da kann man hier durch. Äh, Musik bitte für den epischen Kampf oder die epische Suche nach dem Enderman. Huch, nicht baden gehen. Boah, das kann doch hier nicht sein, ne? Lass mich in Ruhe, Skelett. Von dir will ich gar nichts. Hätte hier nur gerne einen Enderman. Die verstecken sich. Merkt ihr das? Ich habe zwei von ihnen getötet. Ach, du Schande. Oh, Hund. Spring mir doch rein, ne? Skelette. Vielleicht hier irgendwo am Strand. Aua. Na super, es wird schon wieder Tag, ne? Das war mir ja fast irgendwie klar. Aua. Du Scheißspinne. Na bitte, nass. Okay, das heißt, wir dürfen noch eine Nacht auf die Suche nach Endermans gehen. Oder vielleicht finden wir noch einen in der Höhle. Denn die würde ich gerne noch mal ein bisschen erforschen. Was sowas ärgerliches, ne? Der Zweite hätte mir ruhig auch eine Enderperle geben können. Aber nö, er dachte sich. Der braucht die nicht, ne? Aber zumindest können wir uns schon mal einen Junkloader bauen. Das ist schon mal ein Vorteil. Das ist schon gut so, wie es ist. So, einmal hier lang. Und dann werden wir uns auch gleich den ersten Junkloader hier noch bauen. So, einmal rein hier. Warum seid ihr nicht so brav gewesen wie er hier, ne? Platz. Platz. Beziehungsweise, ne Leute. Äh, ich überziehe sonst schon wieder. Ich würde sagen, ich mache hier für heute mal eine Aufnahmepause. Ich hoffe, euch haben die Parts gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Minecraft Take It Light.